World Club Dome, we are back. Endlich wieder beim World Club Dome. Wir sitzen hier gerade in meiner Artist Loge, hinter mir gerade die Main Stage, Niki Romero spielt und für mich ist der World Club Dome irgendwie immer wie so ein bisschen nach Hause kommen. Ich habe 2016, mein erstes Festival, das ich gespielt habe, war halt der World Club Dome 2016. 2015 als Gast noch da gewesen, 2016 durfte ich dann selber auflegen, deswegen ist das für mich immer noch so das persönliche Highlight jedes Jahr irgendwie. Ja auch sehr, sehr emotional einfach zu sagen, hey, das ist das Festival, bei dem du damals irgendwie angefangen hast, auf Festival zu spielen. Deswegen freue ich mich, das Ding super gleich zu zerreißen. Let's go! Guten Tag. Zum Mitnehmen, bitte. Einmal zum Mitnehmen, bitte. Ah, wir sind da. Touchdown Frankfurt, wir sind angekommen. Jonas, du bist auch schon hier, das freut mich. Wunderschön hier. Leute, 18.30 bis 19.45 Uhr, High Bucket Stage. I think I'm ready. Pass auf jetzt nicht. Natürlich habe ich alles. Ich brauche eigentlich eh nicht so viel. Hotelzimmerkarten habe ich, Licht machen wir aus, müssen wir gerne Strom verschwenden hier. Und dann können wir los, Nico. Wahnsinn, ey. Lass mich rein. Auch in schwarzen Klamotten auf einmal, Haare auf einmal oben an das Sonnenbrille ansehen, wenn man mich da noch erkennen. Und dann hat Robin Schussloch vorbei, ey. Bei ganz vielen noch, weil die so, Alter. Ist das gut? Ja, mega. Was legst du auf? 18.30 Uhr. Okay, dann komm ich vorbei. Ja, gerne. Du kommst da vorne? Hypercats, genau, bei Hypercats, ja. Cool. 18.30 Uhr kann man machen. Das ist schon mal gut vom Namen. Das ist auch wichtig. Was essen oder was sagst du? Ja, ich bin so gespannt. Das sieht so gut aus. Sieht jetzt schon mega gut aus. Ja, Mann. Cheers. Auf eine gute Show. Alright, ladies and gentlemen, welcome to the Big Cities World Club Dome. And we're today joined by Fabian Farrell. Yes, hi, nice to meet you. Nice to meet you. Back at World Club Dome. Is there anything you're very much looking forward to today? Obviously, you know, right now you're touring over Germany. Obviously, my set, my set, my set. Yes, my set. About the festival, about the things about the world. I really like the whole atmosphere here. And when you enter the main area, it's, I don't know, it's so emotional because I always remember my first time I was here 2016, walking into the main stage, being here and the first people came, like, okay, oh my god, you're playing today. And I was like, yes, shit, I'm playing today. That's always emotional for me. Ich danke dir. Ich danke dir. Mega, danke dir. Ich gerne gerne. So, dann, äh. 18.30 Uhr, ist das jetzt fertig? Jetzt gehen wir nicht in Romero schauen. Hab ja noch ein bisschen Zeit. Ich danke dir. Wenn ich mich vorbereite, ich gehe gleich zwei Minuten ganz alleine spazieren, rufe mich, rufe mich selbst und dann gehe ich auf die Bühne und dann rocke ich das. Ich liebe das vorher, ich brauche das irgendwie vorher. Einfach nochmal so zwei Minuten abschalten, zwei Minuten runterfahren, den ganzen Wusel einmal beiseite und dann auf die Bühne und 100% Vollgas und so machen wir das gleich auch. Bist du eigentlich aufgelegt? Wir haben noch sechs Minuten Zeit, was machen wir so lange eigentlich noch? Ich will jetzt loslegen. Ich hasse diese letzten sechs Minuten noch fünf Minuten vorher, weil man sich eigentlich denkt so, ich könnte dann jetzt. Bis zum nächsten Mal. Komm herr, komm herr! Es ist ein Wahnsinn, wirklich vielen, vielen Dank, dass so viele von euch hier waren. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Ja, treffen wir uns 206! Danke dir! Ich danke euch! Danke! Hey, mich freut es mal! Ich freut es mal! Ich freut es mal! Das ist doch mega! Es ist schön, dass wir euch sind! Aber wie gesagt, das geht jetzt nicht gut! Jedes Mal mich auch! Schön! Tschüss! So! Jungs und Mädels! Und stilles, kaltes! Herzlichen Dank! Danke dir! Bitte! Vielen Dank! Dann viel Spaß noch euch! Tschau! Tschau! Tschüss! 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 Auf am Beinembrot! Auf am Beinembrot! Also, World Club Dome! Vielen, vielen, vielen Dank! Ich glaube, das haben wir heute komplett abgerissen! Es hat mega Spaß gemacht! Ich bin super happy, dass die Festival-Saison wieder losgeht! Und ja, hey! Ich glaube, es war sogar noch ein bisschen besser als erwartet heute! Hat mega Bock gemacht! Vielen Dank! toc pose 4 Fälle 6 8 10 11 11 112 20 3000